hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten let's play wir sind die gaming group gmbh ich ein bisschen das plane beziehungsweise wir werden euch das gruppe mal ein bisschen zeigen und ein bisschen fahren haben dabei ich habe das spiel persönlich noch nie ausprobiert markus hat es glaube ich schon mal ausprobiert ich glaube ich habe es mal kurz angezeigt also ich habe das jetzt gerade eben einmal ja genau nehmt ihr euch den frost typen insta log standard nein also ich habe das gruppe jetzt zehn minuten einmal probiert und deswegen kann ich den start aber der ist so göttlich guck mal marcus wie du rockst ja mann ich bin so geil das kannst du gar nicht vorstellen es ist so geil wie der typ einfach wie so ein flummi die treppe runter hüpft aber noch mal kurz dazu ich bin übrigens ich heiße in dem spiel joydex also ich bin der orangene da und ja genau sammelt geiert der direkt die münzen und ich bin der orangene hier da der so feuer umhaut ey was hast du kaputt gemacht fast bananen autobahn nein ich habe schon wieder einen bogen woher habe ich immer die bogen du hast ja dann kriegst du einfach das nächste aus dem seiten wollen wir weitergehen oder oh nein das kommt so unerwartet scheiße also eigentlich ist es doch immer eine prinzessin die da sozusagen entführt wird ja egal oh spannende musik und das sind so ich habe keine musik an sonst hast du nennst du ein schönes mainstream oh mein oh mein oh mein boah erstmal alle in flammen reingesetzt die haben irgendwie voll die wombo-combo du entzündest sie und ich krieg sie einfach ein und da stecht sie mit einem eisverzahl und du sammelst einfach die ganze kohle ein läuft bei dir ja ich bin da besser als du ich hab nichts getroffen ich muss aber so mal hoch springen ist mir so mal aufgefallen so dann machst du solche wombo-combo's naja oh mein gott sie entführen unsere frauen also ich mag die mit den lilanen haaren am meisten vor allem mein nassgesicht jetzt oh unerwartet das spiel hat voll viele jumpscares man was oile wo fliegen die denn hin die sind auch wollen flummis sein ich treff den einfach nicht ich auch nicht endlich das gibt es doch nicht das sammelt alle ein das gibt es nicht oh 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 das ist schön meine magie voll kackt der rennt weg ja der schießt mich einfach mit dem bogen ab du kack einfach da oben ey ich hab den einfach geköpft ich hab den einfach geköpft das geile oh meins alter okay aber da musst du jetzt was gutes kaufen ja klar aber da musst du mir auch das restliche gold lassen ich glaub das ist das eh beste wenn nur einer das gold bekommt dann können wir uns jetzt auch gleich was kaufen also nicht dass wir wüssten dass da jetzt gleich ein shop kommt aber kann ja sein ich hab das gefühl der eismann ist so ziemlich krass ja das ist ganz schön oh gib mir doch den apfel alter ich brauch ne heiltrank ich kann mir nichts kaufen ich weiß nicht ob ich den dann bekomme ich weiß auch nicht ob ich dir den dann geben kann alter du darfst nicht alles einsammeln lass mir wenigstens die früchte ja b gib mir den mal ich weiß nicht wie ich hab kein inventar ich hab keine ahnung ich weiß doch nicht mehr wie ich den benutze auf b aber ich hab keinen intrix controller ey das ist doch kein abweg ähm wollen wir noch schmied nein ich glaub hier kannst du waffen kaufen alles ne das wollen wir nicht und übrigens hier können wir gegeneinander kämpfen das ist doch lustig das ist ja super lustig ja das ist so lustig du hast doch sowieso das ganze geld ne warte dann nimm dir den apfel gönn dir Leute aus der volle ey ey was geht denn bei dem lässt der hier unseren der vergewaltigt den mal ein bisschen hart wow ich hab ja immer gekonnt mit der wand der eisstyp ist gar nicht mal so scheiße macht schaden friert sie einfach ein dann können sie nichts mehr machen dann kannst du noch mehr schaden rausbauen ey wieso hab ich Münzen achso ich bin so dämlich ich hab nen Heiltrank gekauft und wundere mich dass ich weniger Münzen hab wow also ich glaub das mit dem Ziel müsste ich noch ein bisschen üben ey der hat mich einfach umgehauen ey der hat mich einfach umgehauen der lab hier oben okay ich werd dir mal nicht sagen was jetzt noch alles kommt weil ich kenn ja schon ein bisschen was ach ne Münze oh level up neue Combo ah ah geil lass mir mal ein paar von den Monstern gönn dir die Münzen hast du wenig was los bei dir der hat nen Bogen ich hab auch nen Bogen toll alter dieser scheiß Typ mit der Maske ne der schießt dich die ganze Zeit von der Ferne mit dem Bogen ab also ja macht irgendwie Sinn mit nem Bogen level up aha irgendwie hä ist das das hier wow so ich schlag einfach nur nach links und rechts WB hätt auch's auch nen Bogen bekommen wie kann ich den einsetzen eh glaub ich wenn du's so eingestellt ja ja na oh 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 das war ein Fehler alter wie wir ihn einfach zerstampfen hier nimm du brüderliches Teil und so nein oh nein Thorsten ach was zur Hölle was ist denn mit denen los Alter ich glaub Thorsten wird nicht mehr leben können Thorsten ist noch still alive wir werden dich retten Thorsten eine Schweigeminute für Thorsten weiter nein ey lass unseren Thorsten in Ruhe der arme man schieß einfach meinen Bogen weg so Thorsten komm schon Schweigeminute du weißt es ey du kannst doch in der Luft ballern dann fließt man so in der Luft einfach ein du brennst ich bin Feuermann ich kann nicht brennen Thorsten jetzt komm schon was ich glaub er schafft das nicht sollten wir ihn nicht irgendwie ins Keimhaus bringen oder so nicht einfach neben dem Feuer wie machen wir das? na egal ich mein da hinten ist ein Krieg und wir na egal frag mal wir müssen fallen Thorsten war so ein netter Mensch what the hell ähm ich würde ausweichen ist aber nur so so ok oh Gott wie machen wir denn mit dem Schaden? ich hab keine Ahnung wahrscheinlich wenn der da grad so wenn er wieder so hoch geht dann müssen wir da auf den ein ne du kannst den auch angreifen einfach oh Gott wow ich bin voll reingelaufen oh Gott ich bin so dämlich ich lauf weg davon lauf wieder rein ich auch alter du kannst das Teil angreifen ja ich weiß mach ich doch die ganze Zeit rein da ah verdammt oh Gott nein au das tat weh du kannst mit hochspringen glaub ich auch den Teilen ausweichen sicher? ja ich nicht weil die kommen ja von oben ja und aber geht die kommen dann echt nicht rein ja aber ich glaub wir müssen dann einfach richtig rein prügeln alter wie hat mich das bitte getroffen ach so da unten ist ne leiste voll ganz viel mehr oh he warte mal ich hab doch noch nen High Frank wie nehm ich den denn? B ja wie nehm ich den? B B hä? ach so warte ach so warte ah ok äh und jetzt? ich glaub ok ja ich hab einfach irgendwas nein warte mal wo ist mein Bogen hin? äh äh ah ok hä? boah auf ist das C? ah das ist C ok der ist gleich tot prügel rein prügel weiter ey ein anderer Typ da an der Seite jaaa für Thorsten Thorsten wir haben dich recht mein Freund und ja oh hey hey voll deprimierend wenn die immer so an allem vorbei rennen ne oh fuck off wenn die am Boden liegen kann ich meine Spezialattacke nicht finden oh jaa level 3 find ich auch gleich aua Jum ich hab's zu mir lassen müssen egal ich hätte auch wenig Leben ach so hab ich gesehen du hast nen Heiltrank benutzt lol ich hab grad einer weggeschwissen ey mach den crit bei mir oh aber auch ich wieso kann ich nen Baum angreifen Alter willst du dich verarschen? ach Alter geh schau mal ich hab einfach die ganze Zeit den Pfeil gegen den Baum gelegt hör ich auch ich hab die ganze Zeit so hier war ein Gegner gestanden und dann versuche ich einfach die ganze Zeit zu schießen und das geht einfach nicht kann man das umschmeißen? nein ist irgendwie cool gewesen hö 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 aha verrasst adri hat sich hochschme- ja ich weiß aber nicht wie ich auch nicht kann man irgendwie wegschmeißen so ich weiß nicht mehr wie das ist irgendein Combo glaube ich ich weiß aber nicht gar ja du musst E und W glaube ich gleichzeitig drücken warte da war Geld ne ne Kirsche oh die hättest du mir lassen sein ja ich wusste ja hallo und da sind wir wieder also wir entschuldigen kurz für den Cutty auf jeden Fall wir mussten jetzt den Spielstand noch mehr spielen ich bin jetzt schon Level 3 und er ist kein Level 3 mehr er hat nen Bogen ich hab keinen Bogen mehr das liegt ganz einfach daran dass grad das Internet abgeschmiert ist kurz sorry können wir echt nichts dran ändern tut uns echt leid also wir werden ab hier jetzt einfach weiterspielen kurz ich hab irgendwie grad nen neuen Angriff rausgefunden Doppelsprung und stimmt cool entschuldig jetzt sterb doch sch- wir werden diese Tür einfach klein halt und Magie oh Magie 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 ja endlich entschuldig wieso bin ich nächstes Mal so spät Level 3 geworden aber droppt einen verfickten Drogen äh droppt einen verfickten Drogen ja naja ich sprach mit kennix wieder wegwerfen ahja und wir haben rausgefunden wie man nen Gegner wegwirft oh wir gehen automatisch rein hm ich mein das ist meine Antwort zwar ja unsere Frauen siehst du bei der lilan ist das Gesicht weg hab ich doch gesagt ich wusste es ah wir haben ihn gesiegt oh ähm ja der sieht einfacher aus als der davor auf jeden Fall oh Gott oh Gott der rasteht ja komplett aus ähm ich muss dann immer wegschwinnen glaube ich ja also schnell kann ich irgendwie gar nicht reagieren nein ah wie soll ich denn da bitte ausweichen man ich hab überhaupt hinter dem vor dem zu stehen oh Gott ah ja Alter der macht so viel Schaden mach das in den Bogen du ja als ob y y ich weiß nicht was y ist zurück hat q und w ja was ist denn was ist denn mit der y willst du mich verarschen ja was ist denn y maustar hier hin und zurück maustar hier hin und zurück nein bei mir ist es ja y hä willst du nicht was äh ja toll ich wusste nicht was y noch bei mir ist toll egal was machst du ja du bist das gerade achso du musst das zuerst machen ich dachte das ist gleichzeitig äh glaub ich mach das das mach das so und jetzt bin ich wir sind der Feuermann ne voll ich so voll durchdacht nur so ja scheiß drauf bambam bambam einfach alles zugekrascht okay also wir bedanken uns fürs zuschauen und joa man sieht's dich auf jeden Fall oder joa auf jeden Fall gut bis dann ciao 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 Bis zum nächsten Mal.